Kommt dir der irgendwoher bekannt vor? Das ist wahrscheinlich mein Kopf. Oh, ja geil! Oh, dieses blöde... Da sind zwei Ender auf der Map. Oh... Oh... Mann, da läuft doch ne... Drei Ender, vier Ender! What? Hallo und herzlich Willkommen zu Minecraft Skysolated mit dem Kinsey, das bin ich und dem Nuturka aufs Brot, der da irgendwo hinten rumgammelt. Oh je, das ist jetzt schon die gleiche Anmod seit mehreren Folgen, ich muss mir aber was Neues überlegen hier. Das geht ja so nicht weiter. Das geht so nicht weiter. Warum habt ihr keine Herzchen auf dem Kopf, wenn ich euch fütter? Ach, weil ich euch beim Ausloggen gefüttert habe, glaube ich. Ja. Beim Ausloggen gefüttert? Das ist aber schwer illegal. Ja, vor dem Ausloggen noch. Ja, 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 ja. Würde ich das auch schnell sagen. Doch, guck das letzte Video, da müssten noch Herzchen drüber zu sehen sein. Ja, 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 ja. Menno, natürlich, ist so. Ist so. So, ich hab jetzt 28, da muss statistisch gesehen jetzt aber ein Ink-Sack dabei rauskommen. Aber was ist für eine Statistik? Wie heißt denn die Bienen-Mod nochmal? Ah, Forestry, genau, ja. Was? Was hast du denn? Ach, da ist noch ein Kulinar-Mod. Oh, nicht mit dem Crescent Hammer auf Maschinen drücken. Mhm. Ja. Vor allem mit auf meine. Deine darfst du, ist mir egal. Die brauchst du auch, meine Maschinen. Ah, zwei Ink-Sack. Wie geil. Wie geil. Beinierig? Ja. Und zwar aus der letzten Ladung Wolle schon. Sau geil. Der Ansatz. Also ich hab jetzt die andere Wolle auch reingemacht, weil wir brauchen die sowieso immer wieder. Also ich brauche eine Feder. Ich muss einen Huhn töten. Uh, hast du eigentlich schon Comps gewonnen? Nee. Diese, ähm, diese, ähm, beim Waben der Bienen? Das stimmt, oder? Eine, eine hab ich bekommen einmal. Aber die sind, die sind recht selten anscheinend. Anscheinend. Eine Feder. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Clay. Es ist vielleicht noch welcher unten. Ich höre ein Mini-Zombie, wo er ja nicht hingehört. Ach, die können nur tagsüber rumbumsen. Das ist ja blöd. Ich geh mal schlafen, damit die Bienen weiter rummachen können. Mach das. Ach, da ist Clay. Da ist noch ein kleiner Zombie angelaufen. Ah, den hab ich eben schon gehört, ja. Also, wo sind wir denn hier? Äh, in Zombieland. Nein. Nein? Regel Nummer eins, Fitness. Ja. Ehrlicher Film. Hast du eigentlich schon den Kopf hier neben dem, äh, Gym gesehen? Oh, Ende. Hast du schon gesehen? Neben dem was? Neben dem Gym? Nee. Ne Tokas, äh, McDonald's Gym. Ne Tokas, äh, McDonald's Gym. Links neben der Tür. Warte, guck ich gleich. Vielleicht kommt dir der irgendwoher bekannt vor. Das ist wahrscheinlich mein Kopf. Oh, ja geil. Oh, dieses blöde. Da sind zwei Ender auf der Map. Oh. 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 Mann, da läuft doch ne... Drei Ender. Vier Ender. What? Stiff. Ist er jetzt beim Teleportieren gestorben, oder was? Oh, schrei doch nicht so rum. Er ist, glaub ich, beim Teleportieren gestorben. Oh, bei den Hühnern. Oh, jetzt ist der hier in den... Hühnophil. Ein Hühnophil. Ein Hühnophil. Aber eine Enderperle. Auf der Mauer. Auf der Mauer sitzt ein kleiner Ender. Auf der Mauer sitzt ein kleiner Ender. Nein, ein Ender. Ist schon wieder auf. Oh, pardon. Ey, ich... Man kann ja, wenn man sie nicht anguckt, kann man sogar durch Ender durchlaufen. Das macht denen nichts, ne? Greifen mal 90 an. Keine Ahnung. Es ist halt im Keller. Ey, die spielen mit mir. Ich... Ja, da ist einer. Den haue ich jetzt. Ah, was? Ich dachte gerade, der hat zwei Enderperlen verloren. Jo, geil! Schon wieder ne Enderperle. Schon wieder ne Enderperle. Enderperle, Enderperle, Ender, Ender, Enderperle. Ich hab so viele Enderperlen. Lalalala. Ey, wo ist der Ender? Ähm... Ender im Po. Na. Na. Ich habe Enderlustperlen. Wir haben jetzt fünf Enderperlen. Ah, verdammt! Was kann man denn damit noch machen? Brauchen wir noch zwei Honeycombs. Wir brauchen noch zwei Honeycombs. Ja. Den macht man aus einem Golden Apple, zwei Cake und sechs Enderblöcken, die aus je vier Enderhogen bestehen. Whatever. Wozu braucht man das? Oh, ein Kätzchen. Hallo Kätzchen? Wohin des Weges? Oh nein, die Katze läuft in Richtung Fischfeder. Hahaha. Dann kann man ein Assistant Base, kann man daraus machen. Wozu braucht man eine Assistant Base? Keine Ahnung. Auch Forestry oder was ist das, wo du gerade da am reden bist? Ähm, ne, was man denn aus Enderperlen machen kann. Ah, okay. Dann kann man da einen Elevator draus machen. Sollten wir einen Elevator machen? Aber das geht doch nicht, oder? Man kann einen Elevator, also laut Too Many Items herstellen. Okay. Ich weiß es nicht. Oder einen Skyblock kann man auch herstellen. Dafür braucht man aber Endstone. Junkloader können wir auch herstellen. Junkloader? Äh, Junkloader nein. Funktioniert nicht, ne? Funktioniert schon, aber dann wird der Server richtig in die Knie gehen. Das kann ich dir voraussagen. Oh, ist das teuer. Ethereal Upgrade. Von Marie Kulture. Spotloader? Achso, das ist wie ein Junkloader in Climb, oder was? Oh. Ein Mob Magnet. Okay. Kill a Mob with this. Whatever. Fluid Void. Naja, da kann man wohl Flüssigkeiten mit zerstören. Dann ein Ender Generator. Ja, mit Enderaugen Energie machen, ganz bestimmt. Ender Infused Obsidian. Ähm, das war für irgendwas. Naja, wenn man viel Ender hat, ne, dann kann man auch Ender Perlen als Energie benutzen. Die geben wahrscheinlich richtig, richtig viel Energie. Würde ich mal fast vermuten. B-Space Tuning Fork. Hm. Was auch immer. Wozu braucht man da hier eine Fluix Pearl? Für... Fluix Pearl? Ähm, wahrscheinlich für die... Für das ME System. Da brauchen wir Fluix Dust auf jeden Fall. Ja. Ne Quantum Link Chamber. Was kann man denn bei Applied Energistics alles machen überhaupt? Einiges! Die sind hier draußen ziemlich groß. Wireless Receiver wird aber überbewertet. Der braucht voll viel Strom und der hat nur eine Reichweite von... Joa, nicht sehr viel. Boah, die Reichweite geht aber eigentlich. Wenn du die Tuning Teile einbaust, ja. Die Booster. Ah ja, stimmt. Die musst du ja auch noch verbessern. Ja, das ist zwar nicht so schlimm, aber... Auch dann. Also okay, für unsere Insel reicht's wahrscheinlich. Ähm, Bottle. Towncraft Bottles. Ah, da braucht man auch noch Honig. Verdammt. Glas. Honig, Honig, Honig. Ah, jetzt haben wir nur noch ein Glas. Glas Ass. I. Ja, jetzt habe ich ein Schribbling-Tool. Jetzt wollen wir noch... Paper haben wir nicht da. Na egal, nicht so schlimm. Man kann übrigens auch aus Wooden... Pulverized Wooden... Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt. Wooden Chips, glaube ich. Kann man auch Papier herstellen. Ich weiß. Aber warum, wenn wir... Sogar... Sugar Cane-Hunt. Ja, ist eigentlich egal. Ja... Ich glaube, mein Hungerproblem ist jetzt nicht mehr vorhanden. Okay. Und was hast du gemacht? Nichts. Ja doch, ich... 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 Er war nicht im Kreativ-Modus. Aber ich habe den trotzdem noch einmal auf Survival gestellt. Von Kreativ... Er ist in Kreativ gewechselt, dann in Survival gewechselt. Ich weiß nicht, ob es das war, was geholfen hat. Und... Oh, auf jeden Fall scheint es ja irgendwas gebracht zu haben. Ja. Das ist aber sehr, sehr seltsam. Das ist das Wichtigste. Dass es seltsam ist. Ne, dass es geholfen hat. Ja, das stimmt. Richtig. So, Papier habe ich auch. Ein Schrippling-Tool. Ach, habe ich ja noch mal was. Dann kann ich mir gleich mal... Bienen, Bienen, Bienen. Ich mache ganz viel Bienen. Damit ich Bienen züchten kann. Dann mache ich mir auch gleich einen Tom-Craft-Tisch. Gesundheit. Wo mache ich denn mal meine... Ach ja, ich nehme einfach den Keller dafür. Der ist ja jetzt frei. Den Keller. Welchen Keller? Den alten Harvester-Keller. Ah, okay. Den nehme ich jetzt als Tom-Craft-Labor an. Okay. Ähm... Willst du dafür nicht einfach was bauen? Weil Tom-Craft ist ja eigentlich Magie. Und jeder anständige Magier braucht ja eigentlich einen Magier-Turm. Ach, ja... Das wäre schon ganz cool. So, wir bauen einen Turm. Bauen wir einen Turm. Vielleicht gegenüber vom Atomkraftwerk. Nö, ich mache den oben auf dem Stamm von dem Dschungelbaum, der da jetzt rumsteht. Den wollte ich sowieso ein bisschen wegmachen. Oder so. Ja, dann mach den aber anständig weg. Sieht nämlich schwer scheiße aus. Ja, ich mache da oben jetzt die Blätter weg und alles, was nicht so schön aussieht, mache ich weg. Okay. So, Cobblestone mache ich da oben auf. Was meinst du, sieht das aus? Hier sind übrigens noch vier Inksecs im Pulverizer drin, ne? Ja, ich habe ja noch 30 schwarze Wolle reingepackt. Ich habe sogar noch einen Inksec dabei. Naja, egal. Ich habe auch noch vier Kisten dabei. Die ist ganz praktisch. Ah, du kannst mir eine geben. Ich brauche nimm keine. Okay. Ich brauche noch ein Licht von meiner Schnauze. Schnauze! Jetzt werde ich fast drüber gelaufen. Ich brauche bald wieder Redstone! Dann brauche ich viel Holz. Ich nehme mir nochmal ein Stack Holz mit oben. Dann habe ich oben auch Holz. Und das Atomkraftwerk machst du jetzt hier unten im Keller, oder was hast du vor? Nein. Ich mache das auf der neuen Plattform, die ich da gebaut habe. Ah ja. Wie genau? Keine Ahnung. Muss ich mal schauen. Oh Gott. Oh Gott. Schau mal schon irgendwie hin. Überall Löcher in der Insel. Warum hast du hier überall Löcher reingerissen? Was? Da? An der Stelle? Da sind doch keine Löcher. Ja. Hier hinten? Ist ein Loch. Hier kann ich geradeaus nach oben fliegen. Oh, wie ist das denn passiert? Ja. Ja, kommt ein bisschen Cobblestone hin. Hm. Ach, scheiße. Wo hast du die Chest jetzt hingelegt? Ähm, neben dem Haus. Nebens Haus. Ah, da ist es jetzt. Wie schön. So, okay. Egal. Dann fangen wir mal einfach an. Ah. Apiaries Chest. Übrigens, ich bin dir wirklich dankbar, dass du mir die Arbeit mit den Bienen abnimmst, weil ich fand das auf einer Seite ein bisschen lame und auf der anderen Seite auch kompliziert. Oh, ein Spindewoch. Springstick. Wolle. Okay. Ja, ja. Dafür bin ich ja da. Die Scheißarbeit machen. Ja. Marschloch. Hahaha. Ups. Ey. Ich hau dich mit dem Builder's Wand. So, das brauche ich. Wolle brauche ich. Und, 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 und. Was war es denn noch? Schilder vergessen. Wir hatten hier die Lampen aufgebaut. Naja, egal. Die brauchen wir ganz gut brauchen als Deko. Ah, Strings. Genau. Strings habe ich keine. Strings. Ach, hör auf. Du trägst doch immer Strings. Gibt es sicher. Nein, nein. Das ist Pfui. Okay. Ja. Es rutscht dann immer so schnell in die Arschritze, ne? Ja. Und du hast doch ganz viele Strings noch im Pulverizer, gell? Ja. Ja, und dann hole ich mir mal ein paar. Du räumst ja nix aus, ne? Immer nur schön vollknallen. Ja. Ja. So kennt man den Kinsey. Ja. Die alte Akku Bitch. Ach, sie. Lampe runtergefallen. Komm her zu mir. Schacht dir gar nix. Warum bist du dir auf den Kopf gefallen? Nee, die ist ja... Ich war ja oben. Ich brauche meine Axt. Die habe ich ja sogar hier. Da ist sie ja. So. 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 Apiaris Backpack. Gehen wir das Ding mal an. Geht net. Warum net? Mist. Ups. Wurde ich ihn weggeschmissen. Ah, der funktioniert wahrscheinlich wie der andere Golden Bag of Holding auch. Ups. Das wollte ich nicht. So. Kannst du den sogar da reinmachen? Ja. Nice. Okay. Dann machen wir mal die ganzen Bienen da rein. Hast du jetzt das große Ding gebaut? Oder? Klar. Was? Echt? So schnell? Klar. Ja, also nein. Nicht diesen großen Bienenstopp. Den großen Backpack für Bienen reinzumachen. Ups. Da solltest du nicht rein. Ja, das ist nämlich eigentlich ziemlich super, weil da gehen 135 Bienen rein. Oh. Und bevor ich hier die ganze Zeit hin und her räume, mach ich die einfach alle da rein. Und den dann, wenn alles klappt, sogar noch in meinen Golden Bag of Gedöns. Mhm. Hallo? Zack, zack, zack. Sehr schön. Und den kann ich jetzt... Yay! Oh shit. Das ist cool. So, jetzt habe ich die Bienen eingesammelt. Dann gehe ich jetzt nochmal nach meiner Stahlproduktion gucken. Beziehungsweise erstmal ob nochmal Redstone da ist. Oh, eins. Das ist ja Luxus pur. Das war eine seltsame Lache. Ich bin wieder hochkonzentriert. Bin ich ja mittlerweile von dir gewohnt. Ja, ich bin aber auch gerade hochkonzentriert am Basteln hier. Du bist high und konzentriert. High, konzentriert. Yeah, you know what I mean? Hallo Katja. Miau. 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 Böse Mietz. Nein Mietz. Oh, ich habe das Hauspark durchgespielt. Mami. Mies ist ein Dildo. Ich habe das Hauspark durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch. Und traurig. Achso, du bist traurig. Für mich hört es sich gerade so ein bisschen an, als ob du erleichtert wärst. Nein, ich bin traurig. Von mir aus hätte es ewig so weitergehen können. Das glaube ich gern. Das ist echt ein super Game, ey. Zack, zack, zack. Hallo? Ah, übrigens, das Suchen funktioniert aber im MEC Terminal, im Ecrafting Terminal. Hat irgendwie nur ein Delay drin, warum auch immer. So, ist so. Mach ich mir keine Gedanken dran. Okay. So, wie groß... Oh, da ist schon Ende. Ja. Ja. Scheiß Lag. Profi. Oh, ich sollte mir ja noch mal was zu futtern mitholen. Habe nämlich nichts mehr. Aber dein Futterproblem ist wieder gut? Ähm, scheinbar ja. Ich mein, der Hunger kommt hier ja eh schneller. Wieso? Schneller als wie im normalen Minecraft Singleplayer. Ja, weil es ja hart war. Ach so, ja. Das, das, ja. Ach, ich baue hier jetzt einfach mal ran. Zack. Zack. So, dann gehen wir nochmal nach den Fischen gucken. Zack. Zack. Fische tot. Tausend Eier haben die Fische hier gelegt, ey. Alter, die hier waren aber wild. Muss nur mal genau gucken, was ich mit den Eiern machen kann. Ich kann die irgendwo brüten, aber ich weiß nicht genau wo. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Was machen wir jetzt? Ähm. Ach, erst mal genug mit Fischen gemacht hier. Ich gehe ein paar Kühe schlachten. Hallo Kuh. Tschüss Kuh. Also. Vier, acht, neun, zehn. Gut. Tschüss Kuh. Hallo Kuh. Hallo Kuh. Tschüss Kuh. Tschüss Vanilleschote. Vier. Hallo Kuh. Tschüss Kuh. Also hier hinten haben wir keine Kühe mehr. Ach komm, die Schweine werden auch gemetzelt. Gucken so saudumm. Hehehe. Ja, die gucken wirklich saudumm. Zack. Ich glaube nicht, dass ich genügend Steine dabei habe. Was? Ich glaube nicht, dass ich genügend Steine dabei habe. Was? Ich glaube nicht, dass ich genügend Steine dabei habe. Das geht doch nicht. Kann das sein? Ja doch. Ach. Es ist zum Glück nicht kalt. Ah gut, ich habe noch einen Steak. Mal gucken. Nee, das reicht niemals. Ich hole mir noch ein paar Steaks. Und der Schönheit halber mache ich hier auch anstatt Weins einen Leiter hin. Ah. Buck. Buck, Buck, Buck. Was? Kack, Buck. Hast du gerade Katzen gekillt? Nein. Wieso? Ich habe sterbende Katze, glaube ich, gehört. Ich habe nichts umgebracht. Wirklich schnell. Okay, dann ist die Katze ersoffen wahrscheinlich. Maybe. So, runter mit dir. Wir brauchen Holz. Kisten sind wahrscheinlich auch schon wieder voll hier. Jupp. Da sind sehr viele Möhrchen jetzt. Wollen wir eigentlich? Nee, wollen wir nicht. Nee, machen wir nicht. Nee, wollen wir nicht. Machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Ooooooooh. Ooooooh. Ooooooh. Ich habe gerade gedacht, ob wir nicht. Oh, ich habe sogar noch Oakwood dabei. Ich habe nämlich gerade gedacht, ob wir nicht ein Void Barrel am Ende machen, wo das Holz reingeht. Ähm, damit überflüssiges Holz dann in die Void wechselt, aber das. so umzustellen ziehen stock aus dem arsch und sagte meins jung ja mir gefällt das mit dem harvester nicht dass das irgendwann voll ist und dann keine karotten mehr produziert werden und alles voll hier mit holz und rubber und hast du nicht gesehen na egal zur not hat man noch die karotten auf dem feld versuch mal irgendwie was hier zu züchten eine forest biene mit namen meadows schon gucken was rauskommt von nix kommt nix oder wie sagt lebensfähiger mutter das nächste war von games kommen sehen da gibt es rache ich freue mich ich bringe die kondome mit kondome genau ich wollte etwas wasserbomben basteln ach so ja das ist eine gute idee aber weißt du meine erfahrung ist dass die niemals so gut platzen wenn die aus kondomen gemacht sind die platzen öfter als die liebnis wie findest du die platz plattform da oben macht ich gleich gucken das soll magiatom sein ernsthaft ja noch nicht fertig ja was soll ich denn sonst machen kann ich brauche eine leiter verdammt vielleicht die abmord was ist es schon wieder soweit warum willst du eine leiter haben hier ist doch alles von mit weins ja aber da oben fehlt genau ein da will es nicht wachsen also die plattform ist aber auch noch nicht fertig die wird noch mal größer aber das sieht wirklich ja das sieht total scheiße aus macht doch lieber einen anständigen torm irgendwohin hat herr so reingeht ein bisschen rund und lalala und lalala und lalala und lalala ich gehe da hoch und dann so na gut aber ich baue den kram da oben noch ein bisschen ab aber es kann sich alles wieder abreißen es sieht total scheiße aus ja ist ja gut ist ja gut ist ja gut wie viel minuten noch 20 sekunden 20 sekunden ja dann vielen dank fürs zuschauen ich mache mal schnell die spinne hier platt und da würde es mich freuen wenn ihr auch morgen wieder reinschaut wenn es heißt hier alles abbauen ich glaube ich mache das mit tnt nein macht's gut bis morgen